Nuglar ist ein wunderschönes kleines Dörfchen im Kanton Solothurn, wo fast jeder Einwohner etwas mit uns im Verein zu tun hat. Ich heisse Daniel Mangold und ich spiele schon seit als CD-Day-Junior bei Muzi Nuglar United. Die Teamstimmung und Zusammenhalt ist sicher das, was uns ausmacht. Wir gehen zusammen ins Ski-Weekend, im Sommer gehen wir immer zusammen auf Malle. Es ist sicher der Zusammenhalt und Stimmung für uns. Wir haben bis jetzt jedes Jahr gegen ein anderes Team verloren. Dieses Mal ist das erste Mal, wenn wir das gleiche Team im Finale hatten, das wir schon mal hatten. Wir werden sicher nicht gegen das gleiche Team nochmals verlieren. Zusätzlich haben wir seit dieser Saison einen ehemaligen deutschen Nationalspieler dabei. Dann wird der Unterschied das Mal machen. Wenn wir ehrlich sind, liegt das Spiel bei uns nicht optimal. Aber aus den letzten zwei Jahren haben wir sicher viel gelernt. Jetzt weiss der Hinterste und der Letzte ganz genau, was wir gegen sie machen müssen. Wir haben eine volle Vorfreude. Für uns ist das immer das grösste Spiel des Jahres. Es ist immer ein riesiges Event. Und vor allem unsere Fans haben eine riesige Stimmung, wenn die Wand hinten voll ist mit unseren Leuten. Für uns aus ... ... ... ...